Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Ja, das DFB-Pokalfinale am Samstag in Berlin zwischen den 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen. Meine Vorschau, Prognose und Tipp für das Finale. Ja, ein spannenderes Finale hätte es kaum geben können. Das heißt, ein Erstligist und dann auch noch der Deutsche Meister gegen einen Zweitligaverein, den 1. FC Kaiserslautern. Endlich auch mal wieder ein Duell zwischen 1. Liga und 2. Liga. Ja, als Beispiel das letzte Pokalfinale eines Zweitligist, das es auch gewonnen hat, war Hannover 96, 91, 92. Im Finale gegen Borussia Mönchengladbach konnte Hannover aus der 2. Liga im Elfmeterschießen gewinnen. Mal gespannt, ob Kaiserslautern vielleicht dasselbe schaffen könnte. Ja, dann schauen wir uns auch mal den Weg ins Finale beider Teams an. Ja, der 1. FC Kaiserslautern in der ersten Runde auswärts bei Koblenz gewonnen. Das war noch ein standesgemäßer 5-0-Sieg. Dann wurde es schwieriger. Zu Hause gegen den 1. FC Köln konnte man dann aber auch knapp 3-2 gewinnen. Dann kam Nürnberg, auch ein 2-0 zu Hause auf dem Betzenberg. Dann das Auswärtsspiel bei Hertha BSC konnte man dann auch 3-1 gewinnen. Dann auswärts bei Saarbrücken 2-0 im Halbfinale des DFB-Pokals. Und damit steht der 1. FC Kaiserslautern im Finale des DFB-Pokals. Ja, Bayer Leverkusen, muss man jetzt auch nochmal gerade sagen, sehr schade. Gestern 3-0 verloren im Europa-League-Finale gegen Bergambo. Das war jetzt die erste Niederlage nach 51 Siegen, also 51 nicht verlorenen Spiegen in Folge. Und ausgerechnet jetzt im Europa-League-Finale hat man verloren. Ist natürlich schon schade und jetzt mal gespannt, wie Bayer Leverkusen jetzt am Samstag im Finale auftreten wird, um zumindest den DFB-Pokal zu gewinnen nach der deutschen Meisterschaft. Schauen wir uns mal den Weg von Bayer Leverkusen ins Finale an. Ja, am Anfang auswärts Teutonia, klares 8-0 gewonnen. Dann auswärts Sandhausen auch locker 5-2 gewonnen. Dann zu Hause gegen SC Palaborn auch ein entspanntes 3-1, muss man sagen. Dann zu Hause gegen Stuttgart, war ein mega spannendes Spiel. Und dann doch auch wieder in der Nachspielzeit 3-2 gewonnen gegen den VfB Stuttgart. Ja, im Halbfinale zu Hause gegen Düsseldorf gab es dann ein klares 4-0. So kam Bayer Leverkusen ins Finale vom DFB-Pokal jetzt am Samstag nach Berlin. Klar muss man sagen, auch jetzt Leverkusen zwar verloren 3-0, man muss aber auch sagen, da hatte Leverkusen gestern kein gutes Spiel erwischt, keinen guten Tag erwischt. Da ging nicht viel zusammen, hat schon frühzeitig 2-0 zurückgelegen und da kam dann auch irgendwie nicht mehr viel von Leverkusen. Klar, Bergamo war super eingestellt auf den Spielstil von Leverkusen. Vielleicht hat Kaiserslautern gestern dort Friedhelm Funkel ein bisschen abgeschaut bei Bergamo. Und ich bin mal gespannt, wie Lautern auftreten wird gegen Leverkusen im Pokalfinale. Ja, dann schauen wir uns mal die besten Torschützen und Torvorlagengeber Bayer Teams aus der Liga an. Ja, bei Kaiserslautern ist es Ache mit 16 Saisontoren in 24 Spielen. Im Moment sieht es aber leider danach aus, dass Funkel der Trainer von Lautern auf Ache verzichten muss. Noch ist es fraglich, aber er sieht da nicht so ganz gut aus, dass er spielen könnte. Ja, dann haben wir auch noch Ritter mit 10 Toren, Tomiak Innenverteidiger mit 4 Toren, dann noch Hanslik und Tachi. Ja, besser Vorlagengeber ist der Linksverteidiger, Puschharts mit 10 Torvorlagen, nicht schlecht. Und dann auch der Mittelstürmer Tachi mit 7 Torvorlagen. Redondo auch ebenfalls sehr gut mit 5 Vorlagen. Also Kaiserslautern ist offensiv, wenn sie einen guten Tag haben, können sie schon gefährlich werden. Und natürlich Pokalfinale ist eh ein Spiel für sich. Da kann man vorher nie sagen, wer wirklich da jetzt der Favorit ist. Auch natürlich Bayer Leverkusen ist Favorit. Aber das Pokalfinale hat seine eigenen Gesetze. So, dann schauen wir uns auch mal die besten Torschützen und Torvorlagen an, bei Bayer Leverkusen natürlich. Da ist natürlich Bonifaz, er war lange verletzt, hat aber trotzdem 14 Saisontore gemacht. Natürlich Florian Wirtz, eine super überragende Saison mit 11 Saisontoren. Und natürlich Grimaldo als linker Verteidiger. Obwohl, er spielt mittlerweile schon mehr links außen als linker Verteidiger. Hat 10 Saisontore oder auch Frimpong mit 9 Toren. Klar, Bayer Leverkusen ist eine der torgefälligsten Mannschaften in Europa. Und auch Vorlagengeber, ganz vorne Grimaldo 14 Vorlagen. Dann Wirtz auch 12 Torvorlagen und Hofmann mit 10 Torvorlagen. Manche Leute sind verwundert, dass Florian Wirtz zum Beispiel nicht für den Ball d'Or vorgeschlagen wird. Oder dass er dann eine Möglichkeit hat. Weil er spielt eine überragende Saison in der Bundesliga, aber auch international. So, liebe Fußballfreundern, schauen wir uns jetzt mal die Finalbilanz beider Teams an. Vom DFB-Pokal. Insgesamt, okay, jetzt mit dem jetzigen Finale stand Kaiserslautern 8 Mal im Finale. Man konnte, sage ich mal, 2 Mal gewinnen. Der letzte Sieg von Kaiserslautern war 95, 96 gegen den KSC mit einem 1 zu 0. Ja, und Bayer Leverkusen, da sieht das ein bisschen weniger aus. Da hat man insgesamt mit dem Finale jetzt insgesamt 5 Mal das Finale erreicht. Man konnte es einmal gewinnen, 92, 93 gegen Hertha 2 mit einem 1 zu 0 Sieg. Also beide Teams, gerade Kaiserslautern im Pokal, schon gar nicht so schlecht. Auch als Zweitligist. So, dann schauen wir uns jetzt mal eine kleine Randnotiz an. Die wertvollsten Spieler. Ja, bei Kaiserslautern ist es halt der Stürmer Rang nach Aache mit 3 Millionen Euro Marktwert aktuell. Im Vergleich, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, der teuerste, mit der teuerste, wertvollste Spieler in der Bundesliga mit 110 Millionen Euro Marktwert. Ja, dann schauen wir uns auch mal den kompletten Kaderwert an. Das heißt, aktueller Kaderwert von Kaiserslautern insgesamt aller Spieler 23,8 Millionen Euro. Und der Kaderwert von Leverkusen, natürlich muss man sagen, ist auch nur eine Spielerei, 594 Millionen, 55 Millionen Euro. Sind natürlich Welten, das ist natürlich klar. Ist auch nur so für nebenbei. Dann schauen wir uns mal die möglichen Aufstellungen beider Teams von Kaiserslautern und Leverkusen für das DFB-Pokalfinale an. Ja, Friedhelm Funkel muss, so wie es aussieht, auf den sehr guten Stürmer Aache verzichten. Ist natürlich ein herber Schlag. Jetzt gerade fürs Finale wird jeder Mann gebrauchen. Aache mit seinen 16 Sektoren war ein wichtiger Spieler beim 1. FC Kaiserslautern. Sonst, denke ich mal, wird dann Hanslick im Sturm spielen. Links außen Ritter im offensiven Zentralmittelfeld Redondo. Rechts mal gespannt. Tachy habe ich jetzt hier gesetzt. Natürlich Karlczok im defensiven Mittelfeld. Und ja, Raschl, denke ich mal, auch wird im Mittelfeld spielen. Dann links außen Putschach. Wie gesagt, einer der besten Vorlagengeber bei Kaiserslautern. Tomiak im Innenverteidigungsbereich. Und Elwedi soll auch wieder jetzt fit sein für das Pokalfinale. Er war ja auch verletzt, aber er soll wieder fit sein. Und Zimmer als Rechtsverteidiger im Tor. Kral. Wie gesagt, Ben Zolinski ist auch noch fraglich. Er sieht schon noch sehr gut aus, dass Zolinski spielen kann. Elwedi, wie gesagt, soll wieder jetzt fit sein. Deswegen auch in der Stammbannschaft. Und Zolinski habe ich schon mal auf die Ersatzbank gesetzt, falls er spielen könnte. Er könnte natürlich auch in die 1. Mannschaft rutschen. Das ist noch nicht ganz so sicher. Ja, aber Bayer Leverkusen sieht es natürlich ganz anders aus. Ich habe jetzt nochmal geschaut. Laut Kicker und laut Transfermarkt.de ist kein Spieler verletzt gestern. Kann natürlich mit der besten Mannschaft auflaufen. Immer noch super Mannschaft. Auch wenn man jetzt mal verloren hat. Klar, Leverkusen hat viele Möglichkeiten. Der Trainer Alonso seine Mannschaft aufzustellen. Ich habe jetzt Bonifaz im Sturm gesetzt. Dann Hofmann, wie jetzt im offensiven Mittelfeld. Links Grimaldo. Rechts Frimpong. Einer der besten Rechtsaußenverteidiger, wie auch immer, in Europa. Andrich und Xhaka. Klar, wie gesagt, der Trainer hat Möglichkeiten. Sehr viele Möglichkeiten. Dort etwas umzustellen. In der Innenverteidigung. Und da natürlich Tabsoba und Konsonu. Und im Tor habe ich diesmal Hadecki. Ich denke mal, das wird somit die beste Elf sein, die eventuell am Samstag im Pokalfinale für Leverkusen spielen wird. Ja, liebe Fußballfreunde. Jetzt auch nochmal kleine für nebenbei die letzten sechs Spiele beider Teams in ihren Ligen. Ja, Kaiserslautern hat es dann noch geschafft. Den Klassenerhalt in der zweiten Liga insgesamt die letzten sechs Spiele dreimal gewonnen. Zwei Niederlagen insgesamt, ein Unentschieden. Ja, Bayer Leverkusen war ja eh schon Deutscher Meister, aber trotzdem eine super Serie. In sechs letzten Spieltagen viermal gewonnen und zweimal Unentschieden. Klar, so oder so ist Bayer Leverkusen der Favorit im Pokalfinale 2024. Ja, liebe Fußballfreunde. Mein Tipp für Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen im Pokalfinale ist dann doch ein klares 3 zu 1 für Bayer Leverkusen. Was glaubt ihr? Schreibt deine Tipps und Prognose in die Kommentare. Hat es dir Spaß gemacht? Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Ihr könnt auch mal gerne meinen zweiten Fußballkanal, also mehr zweite Bundesliga, dritte Liga, aber auch erste Liga, Fußball vor Fans besuchen und auch dort gerne ein Abo dalassen. Also dann, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Höigt.